Es ist Dienstag, 18 Uhr. Willkommen zurück zu Yakuza 6. Wir sind wieder auf den Spuren der Hauptquest, hoffe ich zumindest. Denn zur Erinnerung, als letztes bei der Hauptquest waren wir an den Ort des Mordes, den wir zusammen mit den beiden Typen aus Hiroshima aufgelegt haben, deren Namen ich bereits wieder vergessen habe. Aber sie stehen eben schon auf meinem Zettel. Nagumo und Tatsukawa. Nee, Tatsukawa war der Typ, den wir gesucht haben. Der war auf jeden Fall tot, zusammen mit einer wahrscheinlich chinesischen Frau. Und der gute Kollege von Datesan, den wir gleich treffen werden im Serana, der hat verdächtigt uns dafür, dass wir das waren. Obwohl der hat... Ja, hier auch nochmal dieser Eisland, der ist zugemauert, das ist ein Ding. Auf jeden Fall sind wir erst unterwegs, um mit Datesan zu reden. Und auffällig ist an dem Unfallort, wo das passiert ist, dass es sehr in der Nähe von dem Ort ist, an dem noch Haruka überfahren wurde. Und das durchaus kein Zufall sein könnte, weil der Typ, den wir gesucht haben, ist ja auch der potenzielle Vater von Haruka, nicht wahr? Und das könnte alles was zum Leuten haben, oder vielleicht auch nicht. Wer weiß das schon? Aber jedes Mal esse ich in diesen Fallenladen hier, ne? Da muss ich doch wieder den ganzen Weg runterlaufen. So ein Elend. Okay, wir haben anscheinend noch eine Katze gefunden. Ja! Okay, ja, hier, nimm auch dieses goldene Thunfisch-Dings. Komische, gestreifte Katze. Ich glaube, das goldene Thunfisch mögen sie alle so ein bisschen. Und was magst du nicht so sehr? Ja, wir werden mit diesem Bonito-Flocken. Die stehen viele Katzen. Ja, und dennoch den weißen Fisch. Ne, was habe ich noch? Die Schießzahlen mit Ding haben wir noch. Ah, die bringt es aber nicht. Ich hätte ja immer das gleich nochmal machen sollen. Der ist jetzt wahrscheinlich auch geworden. Ich wollte aber, ich wollte nichts mehr machen. Na gut, dann geben wir jetzt zur Hauptquest. Oh, warum habe ich eigentlich noch diesen Wegpunkt auf der Karte? Geh ins Serano und streben mit Dart, weil der wollte noch mit uns reden über irgendetwas. Du brauchst ihn noch nicht wissen. Hey, Kiryu-san. Schön, dich zu sehen. Oh. Hey, Joe. Was machst du denn hier? Ich verstehe das nicht. Was ist das? Tja, wir mussten uns doch eines Tars in Kamurochi treffen, oder? Mit dir an der gleichen Zeit anzukommen, macht doch nur Sinn. Es war einfacher, auch alles zusammenzukriegen. Alle hier? Warte. Ist das nicht gut? Ich meine, wir meinen es doch alle ernst, nicht wahr? Ähm, wo ich gerade davon rede, wir konnten uns einen Laden schnappen, den wir als Versteck benutzen können. Es ist ein kleiner Laden innerhalb des Millennium Towers. Star Café heißt er. Willst du da hingehen und angucken? Ja, ich muss es ja mir anscheinend antun. Aber nur für einen kurzen Moment. Shikata Ganai hat er gerade gesagt. Ach, das ist der kleine Café? Das ist ein ziemlich großer Ort. Bin dir sicher, dass das okay ist? Nun, der Bucky, weil hier, ähm, von La Pente kennt anscheinend den Besitzer hier. Also passt das schon. Ernsthaft? Was ist bloß mit diesem Kerl los? Ah, schau doch, was die Katze reingebracht hat. Du bist wirklich hier, Joe. Es ist du. Du kannst dich nicht vor uns verstecken. Wir kennen jeden deiner Bewegung, Joe. Joe, jetzt wo du ein Kamurocho bist, erwarte keine Gnade von uns. Das ist die Homebase von Justice. Du wirst hier nicht die gleiche Freiheit haben, wie du in Onomichi hattest. Wir wissen genau, was deine Basis ist. Wir wären sonst nicht hier. Minasai, was sagst du? Lass uns doch kämpfen, du und ich, wie in alten Zeiten. Nein. Dieser Mann ist der berühmte Regenmacher, oder? Er hat keine Zeit für eine kleinen Welpen wie dich. Vergess uns nicht, Joe. Vergess uns nicht, Joe. Um uns wirst du uns nicht als nächstes kümmern müssen. Wir haben uns in der Nacht, das ist halt wirklich gelangweilt. Unterhalte uns. Hey, Joe. Hey, Joe, wer sind diese Typen? Was ist denn diese Typen? Die sechs wahnsinnigen Schläger. Tenzan Kojima. Tenkosi in kurz. Sie sind Teil des Gründes, Okada und ich, um Justice gegründet zu haben. Sie waren in den Farbgangs. Wie sind sie dazu gelaufen, für Justice zu arbeiten? Okada hat wahrscheinlich genug bezahlt, um sie zu bestechen. Sie sind echte Arschlöcher, aber sie sind definitiv stark. Nicht schlecht, Joe Kun. Scheint ja so, als hättest du deine... Du hast hieß gelesen. Du hast recht. Wir haben die Seite gewechselt. Aber wir werden immer Champions sein. Für immer. Eins plus eins macht zwei. Für uns eins plus eins ist 200. Das ist zehnmal besser. Zehnmal! Das ist nicht so klug, oder? Hey, willst du doch mal nachrechnen? Sollte es nicht hundertmal besser sein? Das ist nämlich nicht, was du sagen hast. Es ist einfach nur wesentlich mehr als zwei, alles klar? Wenn du dich hier wirklich reinhängen willst, dann, äh, werde ich ja gerne ein neues Arschloch reißen. Jetzt, jetzt, ja. Wir können uns doch nicht erlauben, dass die mächtigen sechs Wahnsinnigungen sich hier, äh, mit diesem Müll hier dreckig machen. Sich so niedrig zu beugen, ist nicht unser gewolltes Ende. Nicht wahr, Herr Regenmacher? In der Tat. Ähm, wo ich gerade mal nachdenke. Haben wir uns schnell mal getroffen? Ja, ich denke schon. Tja, was ein Zufall. Äh, ich habe keinen schlechten Willen gegenüber dir. Aber wenn du mich versuchst aufzuhalten, werde ich dich dort zerquetschen, wo du stehst. Versuch's. Ich hoffe, du, ähm, ähm, bringst du ein bisschen unterhaltend, Kiyo-Clan. Wir müssen los. Tja, achte doch auf euren Rücken. Oder, seht euch vor, hat er gesagt. Ah, das sind die Anführer von Justice. Klingt so, als wären mehrere Kämpfe am Horizont. Ähm, red mit mir, wenn du das Team regionalisieren wirst und deinen Kampf mit Justice starten möchtest. Ja, ja, sicherlich. Schönen Tag noch. Ich habe dieses Café gemocht, bevor das hier der Hideout für das Dings war. Okay, wir haben genau zwei Hunger bekommen, das wird wohl nicht reichen. Wer ist er denn hier? Ach so, Clan-Code. Wenn du einen Clan-Code hast, kannst du mit Massage sprechen, um ihn zu kriegen. Äh, in der Clan-Code? Nein, habe ich nicht. Tschüss. Okay, guti. Ähm, dann können wir jetzt wieder gehen und es wieder um unser Hauptfest kommt. Oh nein. Und ich komme nicht vorbei, oder? Mich nervt echt, wie schnell mich die Leute angreifen. Wer ist er hier eigentlich? Kiyo, bitte nicht die Fahrräder kaputtrennen. Nur zwei? Ich finde es echt bedauerlich, dass es in diesem Teil keinen Skill gibt, der dir... Das es keinen Skill gibt, der dir... Ernsthaft? Der dafür sorgt, dass der eine Fahrräder länger hat. Oder wäre noch welche gewesen? Mit Zui? Wo kenne ich Vokano? Oh ja. Pachinko in Slots. Das ist eigentlich sogar noch schlimmer, oder? Wenn nicht dein Fahrrad gestohlen wird, sondern wenn irgendein Random Punk dein Fahrrad nimmt, damit andere Leute verbrüllen, dann ist dein Fahrrad zwar noch da, aber es ist kaputt. Das ist schon eigentlich richtig kacke, ne? Da bringt doch kein Fahrradschloss was. Na gut. Auf zum Executifl Lounge. Bing. Da bin ich immer gespannt, was Data zu sagen hat. Und wenn das ist eine Sequenz, die ich so übersetzen kann, will doch nicht. Hey, Kiyo, Brüderchen. Wie läuft's? Habt ihr was für den Cops? Einige Details, ja. Ein Detektorfreund von mir namens Data wird hier später erscheinen. Er ist mit der Mama hier verheiratet. Das tut mir sehr leid. Wir haben diesen Ort hier immer für mich, die zu nutzen. Ja, das stört mich nicht. Du kannst ihn nutzen, wie auch immer du möchtest. Du bist länger an diesem Ort, als ich es bin. Vielen Dank. Also, diese Mama, sie ist auf einen Detektiv gestiegen? Gut, dass ich nicht versucht habe, sie anzugraben, nicht wahr, Yuta? Alles gut, Yuta? Ach, jetzt bin ich immer ein bisschen traurig, wie ein Ding war. Anscheinend, das ist es das erste Mal, dass er jemanden sieht, den er kein Tod sieht. Das hat ihn ziemlich in den Magen getroffen. Ich habe dich nicht gefragt. Außer deinem Käpt'n, du warst genauso still, wie ich bis jetzt. Dazu. Ich war nur still, um dir ein bisschen Platz zu geben. Laut der Polizei waren es die Triaden, die Tatsukawa geduldet haben. Ja, wenn ich mich recht entsinne, hat Tatsukawa als ein Vermand für sie gearbeitet. Es ist möglich, dass er einen Fehler gemacht hat und den Preis dafür bezahlt hat. Diese Typen machen einen echt abgefuckten Tit, Mann. Als erstes schreien sie seine Kehle durch, dann haben sie ihn abgestochen. Haben sie versucht, ein Exempel zu statuieren? Irgendwie ist der Typ, der nicht der Tatsukawa nicht gekannt hat. Ich dachte, er ist nach Kamorotu gekommen, um ein Host zu sein. Aber es stellt sich raus, dass er ein Triadenvermand war. Und gerade als wir ihn gefunden haben, ist er so tot wie eine Ratte. Ich bin nach Tokio gekommen, damit ich Tatsukawa zu Tode schlagen kann, für das, was er getan hat. Aber jetzt weiß ich nicht mehr, was ich denken soll. Also, das ist der Plan, Brüderchen. Tatsukawa ist wortwörtlich eine Sackgasse. Und jeder, der was über Haruka weiß, ist tot. Das weiß ich. Aber ich muss herausfinden, warum er von den Chinesen umgebracht wurde. Warum das? Wenn Tatsukawa die Triaden hinter sich hier hat, könnten Haruka und Haruto auch umgewirrt sein. Hm? Ha? Wenn das war es, heißt das nicht, dass Harukas Unfall gar kein Unfall war? Das kann ich nicht sicher sagen. Wie muss sein, wir müssen noch eine Menge über Tatsukawas Leben herauskriegen. Ja, das ist recht. Kiryu, stört es dich, wenn ich mitmache? Also du bist die Hiroshima-Sirose-Familie und du bist involviert mit der Yomai-Allianz. Ja, wir sind Yomai, aber wir berichten der Masu-Familie. Wir sind ganz unten. Aber damals in den guten anderen Tagen war unser Patriarch Toro Hirose eine echte Gestalt in der Omni-Allianz. Ein Kopf wie du kennt seinen Namen, oder? Kann ich nicht behaupten. Hansa? Ich nehme an, die Tokio-Detektive sind nicht das, was sie behaupten. Wie muss da, Ikio? Ich muss dir etwas über die Haruka-Situation erzählen. Während du in Hiroshima warst, habe ich sie außerhalb ihres Raums in Toto bewegt. Sie ist jetzt im Polizeihospital. Ist dir was passiert? Ja, wir kriegen ziemlich oft Anrufe von Leuten, die behaupten, dass sie Toto-Leute werden. Sie insistieren, dass sie Haruka sehen wollen und hören nicht auf, uns deswegen anzurufen. Der Toto-Klamm euch der Haruka? Nun, wir können das auf keinen Fall verifizieren, ob das Toto-Leute sind oder nicht. Aber wir sind besser vorsichtig. Das ist, warum ich sie verlegt habe. Nur in dem Fall habe ich einen Raum mit der Überwachung, dass man nicht nah rankommt. Hat sich der Zustand verbessert? Nein. Wenn ich meine Meinung offerieren darf, ich würde sagen, wir sollten es nicht meinen, dass sich alles beruhigt hat. Wenn dich jemand verfolgt und rauskriegt, wo sie ist, dann ist es nicht, dann soll es niemand wissen. Ich wünschte, sie würde früher aufwachen. Was mit Akiyama? Er hat Haruka überwacht, oder? Ich habe ihn ebenfalls darum gebeten, etwas Abstand zu nehmen, während wir sie ins Polizeihospital gebracht haben. Die Trianen sind wieder hinher. Es wäre auch eher ein Desaster, wenn sie ihn im Krankenhaus finden würden. Kannst du ihn katakieren? Ich habe einige Fragen für ihn über die Chinesen. Nein, er hat gesagt, er würde mich anrufen, wenn er was braucht. Er hat mir keine Kontaktinformationen unterlassen. Wie muss er? Wie würde er mit Akiyama reden dir helfen? Weil es wir zusammen unterwegs waren, hat er gesagt, dass er einen großen chinesischen Mann namens Ed bekämpft hat. Er ist ein Saiyo-Offizier. Wenn mir jemand sagen könnte, wo der Kerl ist, dann ist es Akiyama. Soweit ich Ed gefunden habe, möchte ich ihn fragen, warum Saiyo Tatsukawa getötet hat. Ich verstehe. Aber du weißt, dass das ein Job für die Polizei ist, oder? Das hat dich noch nie aufgehalten. Wie du was sagst, ich brauche auch antworten. Wie Tatsukawa in Kamurocho in seiner Position, seine Interaktion mit Haruka, wie all das passiert ist. Alles hilft. Tut mir leid, ich mache noch meinen Job. Dieser Date-Typ ist gar nicht so schlecht. Er ist immer noch ziemlich wach im Geiste für seinen Alter. Scheint wirklich vertrauensvoll zu sein. Ja, vielleicht sollten wir alles Dato überlassen. Er könnte vielleicht herausfinden, warum Tatsukawa so sterben musste. Ich bin mir sicher, er könnte das tun, aber ich muss es jetzt wissen. Je schneller, der besser. Haruka weiß, dass er verletzt hat. Und ich möchte nicht einfach rumsitzen und warten, dass Dinge passieren. Warum solche Eiler? Wenn die Polizei und Tatsukawas Fall sind, wird sich die Spur bald verlieren. Außerhalb von Date machen die Polizeikräfte hier keine halben Sachen. Heute Morgen hat ein Detektiv namens Honjo mich bereits als Verdächtigen behandelt. Was, Sörde? Ich muss mich darum kümmern, bevor es zu spät ist. Ich werde damit einfach nach Hakyama zu suchen. Ich werde ihn wieder in seinen Untergrund Bunker suchen. Ihr solltet für uns der Tier bleiben. Stellt nur sicher, dass ich euch erreichen kann. Aber halten ein Auge nach dir aus. Damit du suchen kannst. Kiyo Brührchen, sei vorsichtig da draußen. Geh in die Abwasserkanäle. Bom, 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 bom. Können wir hier noch reden? Ja, wir können hier auch Stühle umkippen. Das ist natürlich auch super. Ja, tschüss. Hm. Naja, gut. Okay. Dann haben wir jetzt ja eigentlich ein ziemlich klares Ziel, ne? Sighten-Handset. Wahrscheinlich wird er nicht dort sein, oder? Wir könnten tatsächlich mal Taxi fahren. Wir machen das. keine Lust zu laufen. Zumindest der Akiyama können wir noch mal kurz suchen. Ich hoffe, das führt jetzt nicht zu einer ehelndlich langen Quest. Das ist eine Reihe. Aber wir machen gar nichts mal heute anscheinend. Jo. Kazuma Kiri, ja? Ich hatte den Eindruck, dass du Kamurocho verlassen hattest. Wer bist du? Der Erbe der, der, äh, achso, von Lauka Long. Also die Schlangenblumentriade? Wie kann ich dir heute helfen? Ich hatte einfach gehofft, mich vorstellen zu dürfen. Tut mir leid, ich bin nicht interessiert, hm? Oh, der Typ. Hier oben, Kiyo. Erinnerst du dich an diesen Mann? Dein Rat hatte einen großen Einfluss auf ihn. Er hatte mich angebettelt, mich von der Saif-Trial zu lösen. In anderen Worten, er hat sich dafür entschieden, meine Befehle zu missachten. Und es gibt nur eine einzige Bestrafung dafür. Ich bin nicht der Bestrafung dafür. Das ist aber auch ein kleiner Zahnschauch, den hatte ich. der reicht natürlich aus. Dank dir ist das Leben dieses Mannes vergebens. Wenn du mich aufhalten willst, geh da hin, wo du ihn als letztes gesehen hast. Komm alleine. Ich werde warten. Hm, wo ich den letzten gesehen habe, das wäre dann wahrscheinlich das Schlagcenter. betreffe Laucalons Nachfolger Dings. Na gut, dann machen wir das. Beim nächsten Mal übrigens. Trotzdem fahre ich vorher natürlich nochmal Taxi, damit es mir so richtig lohnt. Weil ich ahne, dass wenn ich das... Ich will gar nicht fahren. Besten Dank dafür. Die Töne gehen übrigens alleine auf. Hab ich irgendwann mal gelesen im Vorbereiten des ersten Japan-Trips. Nicht, dass ich jemals vor Ort in Japan Taxi zu fahren, weil das würde voraussetzen, mit Taxifahren zu interagieren. Und das wiederum würde voraussetzen, dass man irgendwie die Sprache kann. Weil ich glaube, so Englisch-Kennnisse sind beim Taxifahrer jetzt eher nicht so die... das, mit man rechnen muss. Na gut, dann reden wir mit den Erben von Laucalong. Aber das alles beim nächsten Mal, wenn es dann wieder heißt Yakuza 6 aus Song of Life. Bis dann. Habt noch einen wunderschönen Tag. Ciao.